Kein Troll ernste Frage Spaß aber Alles cool bro Kein Troll ernste Frage Wichtig vorweg nehmen Er sagt seitdem Seitdem du deine No Porno Aktion durchziehst Sprichst du kaum bis gar nicht mehr Über Corona Theorien Hat dir das so ein bisschen Geholfen nicht mehr reinzusteigern Sorry Ich bin so lustig gerade Süß man bro Alles cool Ich hab's nicht falsch verstanden Das Ding ist Dass ich nicht nur aufgehört hab mir Pornos reinzuziehen Sondern einfach auch generell Angefangen hab mich wieder Mehr mit positiven Sachen Die mich gut fühlen lassen zu beschäftigen Weil ich einfach auch gemerkt hab Das zu viel Scheiße Also sich mit zu viel Shit zu beschäftigen Und es jeden Tag Jeden Tag Bruder Stimmt einen Menschen halt einfach auch negativ Weißt du so Erstens das Zweitens ist das Corona Thema Ist ja auch ein bisschen Abgeflacht wieder so Dann ist das nächste Thema hochgekommen Aber ich hab mir auch selber persönlich Einfach vorgenommen so Mich wieder mehr auf die Dinge zu konzentrieren Die mich als Mensch glücklich machen so Weißt du Die mich als Mensch Positiv machen bro Ich zieh mir wieder voll viele Schöne Interviews rein Von schönen Menschen Die mir Die mir ein gutes Gefühl geben Alleine wenn ich das Video sehe so Ich bin einfach wieder bewusster Im Konsumieren Weißt du was ich meine so Nicht nur Pornos oder so Sondern auch Politik Oder auch Ganz andere Sachen Jetzt gerade ist für mich die Zeit gekommen Wo ich wieder Mehr und mehr positive Sachen reinziehen muss Damit ich selber auch Einfach wieder ein bisschen positiver werde Ein bisschen happier werde und so Das ist einfach so Du bist auch was du konsumierst Du bist was du dir reinziehst Und wenn du dir nur Scheiße reinziehst Beziehungsweise Nur Scheiße auch passiert um dich rum Dann wirst du das auch irgendwann Weißt du Und ich will das nicht sein Ich will nicht so ein negativer Typ sein Der irgendwie Keine Ahnung Immer irgendwelche Probleme hat Mit irgendjemandem Oder mit irgendwas so Sondern Ich bin eigentlich der Typ Der Der halt Sich Eigentlich der positive Typ so Weißt du Mir geht es viel besser Wenn ich mir Sachen reinziehe Die mich prägen Wo ich neue Erkenntnisse Bekomme Die ich dann wiederum Mit meinen Leuten teilen kann Und wenn sich dann Ein, zwei Leute Damit was rausziehen können Dann macht mich das einfach happy Weißt du Und das ist mehr so Wieder der Fokus Ja man Noch eine ernste Frage Hast du mal die Coaching Podcast von Curse Reingezogen Sehr reifer und weiser Typ Ähm Geil Ne Tatsächlich habe ich mir mal Ein Interview von Curse Reingezogen Wo der angefangen hat In die spirituelle Richtung Zu gehen Auch mit Meditation Und so hat er glaube ich Mit Toxic ein Interview gemacht Wo er auch sein Buch Präsentiert hat Und es war geil Also ich habe mir früher sogar Curse reingezogen Ich habe eine CD von Curse gehabt damals Und ich war schockiert So ein bisschen auch Ich habe nicht gewusst Dass er so eine andere Reise Noch macht Und jetzt irgendwie auch Da ein Buch geschrieben hat Und so Ist geil Digga Kann man Kann man sich auf jeden Fall Mal geben Ziehe ich mir mal rein Spazawa Den Curse Podcast Und genau deshalb Gucken wir alle Deinen Stream Bro Robo G45 Bester Mann Guck mal Ich bin so ein Typ Ich sage man sollte schon Also ich bin ein Mensch Der sagt Dass es als Mensch Also für mich persönlich Auf jeden Fall Ist es wichtig Schon so ein bisschen Zu verstehen Wie die Welt funktioniert Auch zu verstehen Was wo auf der Welt Passiert So Das ist für mich wichtig So Das kann man sich auch geben So das kann man auch machen Aber sich Überwiegend mit solchen Thematiken zu beschäftigen Sehe ich für mich Und mein Leben Als sehr sehr negativ So Weil ich will ja mehr Ich will ja was Ich will ja was erreichen Beziehungsweise Ich will auch Nicht nur was erreichen Für mich persönlich Sondern ich will auch Immer eine Veränderung Anstoßen Weißt du so Ich möchte Menschen Dinge Auf Dinge aufmerksam machen Und das nicht nur Auf Politik Sondern auch auf Wie leben wir Menschen miteinander Was Liebe angeht Miteinander Der Umgang Miteinander Support Motivation Mindset Meditation Wie können wir selber Also wie können wir selber Als Menschen besser werden So das ist eigentlich Mein Hauptthema Und deswegen werde ich mich Auch jetzt wieder mehr Mit diesem Thema beschäftigen Ja Spasawa Der hat auch Ein Konzept Unter anderem so Dank Dank protokolliert Morgen und morgens Kein Social Media Ja genau Das lebe ich ja auch schon Seit ungefähr Boah Ich weiß gar nicht Wie viele Jahre Aber ich lebe ja auch schon Nach diesem Gesetze der Gewinner Von Bodo Schäfer Und da sind auch sehr viele Und das werde ich mir jetzt auch Demnächst mal wieder durchlesen Damit ich das wieder in meinen Kopf hervorhole Weil da sind auch so viele schöne Dinge Die da erzählt werden Und die einem da mitgegeben werden Das Dankbarkeitsjournal Hab ich bis heute durchgezogen Jeden Tag aufstehen Und drei Dinge aufschreiben Wofür ich dankbar bin Hab ich seit dem ersten Tag Wo ich es angefangen hab Nie wieder aufgehört Und das alleine Hilft einem Menschen schon Und deswegen ist es eigentlich Sehr schön So Weißt du wie ich mein Gerade Aufgehört mir einen runterzuholen Äh Pornos reinzuziehen meine ich Parallel dazu Ist die Sonne wieder Ein bisschen rausgekommen Ich hab aufgehört Mich mit zu vielen Negativen Sachen zu beschäftigen Und bin insgesamt Als Mensch Schon wieder ein bisschen happier geworden Sky Fühl dich Feier ich Prägt mich auch ein bisschen